Ich schwöre, so war mir Gott helfen. ... der Regierenden Bürgermeister von Berlin. Abgegebene Stimmen 159, ungültige Stimmen 0, Ja-Stimmen 86, Nein-Stimmen 70, Enthaltungen 3. Ich nehme den Ball an. Ich bin Regierender Bürgermeister für alle Berlinerinnen und Berliner und ich hatte eine Koalitionsmehrheit mit 86 Stimmen leider erst im 3. Wahlgang hinter mir. Ich glaube, dass die AfD hier chaotisieren will, sie will das nutzen. Der AfD macht das, was sie immer macht. Sie spaltet demokratische Parteien, sie lügt, sie verbreitet Fake News. Ich gehe fest davon aus, dass das die eigene Mehrheit ist. Wir nehmen keine Stimmen der Rechtspopulisten, der Nazis. Wir brauchen keine Stimmen der Rechtspopulisten. Und es gab keine Stimmen der Rechtspopulisten.